ja was geht ab liebe leute alle und herzlich willkommen zur dritten episode von the walking dead season 3 a new frontier so nach zwei monaten können endlich mal weitermachen da telltale jetzt die dritte episode veröffentlicht hat über dem gesetz so ich würde mal sagen nach the mass effect andromeda was ich jetzt endlich durchgezockt habe und auch alle parts hoch schon hochgezogen habe die muss ich jetzt nur nach und nach veröffentlichen geht jetzt endlich los mit the walking dead season 3 episode 3 und dann statt so ein kleiner urlaub für mich weil da habe ich kein projekt mehr offen alles ist abgeschlossen das heißt ich kann so klein meinen kleinen urlaub starten so abseits von youtube da werde ich jetzt mal für lange zeit nichts mehr aufnehmen finde ich für längere zeit nichts mehr hochladen nicht mehr aufnehmen nur die die passenden von mass effect nicht mehr aufnehmen die passenden von mass effect nicht mehr aufnehmen Hey! Put your hands up and close your eyes. Thanks. Mari! Shit! Kate! Javi, don't! Hey. What do we call you? Sorry, forgot to introduce myself. It's Paul, but my friends call me Jesus. I fucking knew you. You're one of them. You're goddamn right she is. If you want to shoot me, shoot me. How about I shoot your little boyfriend here instead? What the hell is going on out here? Oh my god. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. You're welcome. Oh my god. I'm sorry. Wir sehen uns nur die Probein und dann zurückkommen. Ich habe es gesehen, in der Strecke, auf der Straße ein bisschen. Vor dem Wallis. Ich wünsche mir, dass es eine bessere Art ist, und dass wir nicht mehr als Leben haben. Every Tag. Für Essen und Wasser. Ich bin der Stoff. Ich bin der Stoff. Ich bin der Stoff. Ich bin der Stoff. Nichts einfach mehr, Kate. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht versuchen. Ich weiß. Es ist einfach schwer, sich zu beschäftigen. Ich bin der Stoff. Das ist alles. Wir kommen da hin, wir holen den Tank, und wir kommen zur Hölle zurück nach Hause. Wenn wir Glück haben, wir werden nicht nur eine von diesen Sachen sehen. Ich bin der Stoff. Da ist es! Wir nehmen und gehen. Leit mehr. Ich bin der Stoff. Mach es noch lauter. Oh! Natürlich ist es leer. Warum würden wir das so lucky? Hey! Bleib es unten. Ich weiß, es tut es leid, Kate. Aber du musst dich warten. Entschuldigung. Ich bin einfach von dieser blöden. Ich habe einfach gedacht, dass diese eine Zeit, dass wir eine verdammt Pause haben. Oh mein Gott! Du hast mir die Hammer mit dir. Oh! 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 I'm sorry. I was just so fucking scared. You froze. It's okay. I wanted to kill it. I really did. But... I know him. That was one of Cape's friends. True. He was so sweet. He always had a smile on his face. Cape worshipped him. I'm sorry you had to see that. I'm sure he was a good kid. He's not a kid anymore. He's just... One of those things. I don't even know what to call them. Nennen sie einfach Walker. If they're not... People. If they're just... The dead. Muertos. That's what we'll call them. I thought we were gonna die. I thought... Gabe and Mariana were just gonna wake up. Then we would just be... The dead. I'm right here. Okay? I'm here. You're here. We're still alive. That's what matters. Can we go back now? I know we all wanted to stay here in the house and wait for David to come back, but it's been three months since he drove away with your mom. What are you saying? We're not safe here. Not anymore. You and I could have been killed out there. For an empty can. There's gotta be a safer place out there. We're not safe here. We're not so isolated. What makes you think it's gonna be better anywhere else? Everything and everyone outside this door is dead. How long until one of those things gets in? We stay. Somebody's going to get hurt. We're worse. You really think the kids are going to be happy with this plan? The kids will understand. And if they don't, we'll just make them see it our way. We have to go. How come? What if I don't want to leave? Cape. We're safe inside the house. We can find more food in the neighborhood if we just look harder. We're tired of being afraid. Every time we leave you guys alone. And it's just getting worse out there. Better to leave now. Well, we still can't. But what about dad? What do you think if he shows up and we just ditched him? We might never find him again. I don't think your dad is coming back, Gabe. We waited for him as long as we could, but... We've got to face facts. Is that really what you guys think? I'm sorry, Gabe, but... Harvey's right. How about... You guys go and... I stay here. You're a kid. That's not how it works. I can take care of myself. No. If I need help, I'll just... Ask my friends. Gabe? Honey? What? What's wrong with her? Why is she acting so weird? Uncle Harvey? She's sad. Because when we were out, we saw your friend, Drew. But it wasn't exactly him anymore. You mean... He was one of them? We're so sorry, Gabe. So you understand why, don't you? Why we have to leave? If that happened to you? I couldn't bear it. When do we have to go? Tomorrow. As soon as it's daylight. I wanna leave him a note. I'll help you get started. Okay? What are we gonna tell him? I wanna say something good. Just tell him we love him. All of us. And nothing's gonna change that. Not ever. I like that. I'm gonna write it right now. So we don't forget. Of course. I'll help him. Thank you. Really. Thank you. Warum hat sich der Teddy gerade bewegt oder sei das nur so? Das war's für mich. über dem gesetz so wollen wir schauen was die periode für uns so bereit hält ich dachte du wärst tot 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 für eine lange Zeit kein Glück ich wusste du warst ich wusste du warst ich wusste hey wepte das ist meine Familie du musst uns in lassen Kate hat keine lange Zeit Jesus Kate David ich bin hier ich bin hier ich bin hier was ist passiert sie hat gebrochen wir haben den Blut aber sie ist noch bled wir brauchen deinen Doktor jetzt David der 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 den der Was hast du mit ihr? Sie hat kaum einen Puls. Sie ist kalt als eisig. Wie würdest du sie hier hier so bleiben? Was würdest du mit ihr getan haben? Huh? Dein Mann hat gesagt, putz deine Hand auf. Ich sollte was? Nur ignorieren sie? Ich gebe keine Scheiße, was sie dir gesagt haben. Nach allem hat sie für dich getan. Das ist wie du sie behandeln? Sie kommt rein. Aber sie hat nicht gecheckt. F*** das. Das ist meine Frau. Ich... Ich wusste nicht. Honest. Sie geht ins Krankenhaus. Jetzt. Jetzt. Der Doktor wird dir helfen. Ich werde sicher sein. Warte. Ich gehe mit dir. Entschuldigung. Aber die resten müssen direkt zur Quarantin. Was für? All die newcomen werden beobachten. Und sie müssen alle ein paar Fragen stellen. Der Doktor wird die zwei. Aber die resten müssen mit mir zur Quarantin. Das kann ich sicher sein für alle. Wenn Kate geht ins Krankenhaus, dann bin ich. Nicht noch. Ich habe ihn mit dir. Erstmal, du gehst durch die Quarantin. Dann sehen wir. Das ist schrecklich. Ja. Komm schon. Jeb. 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 the door. Ich hab ihnen gesagt, dass sie sterben ist. Es ist sicherlich, dass es keine Priorität war. Na klar, diese Arschlöcher wussten, dass sie ein Hospital braucht, als sie sie sehen. Entschuldigung, Javi. Wirklich, aber ich hatte keinen Grund, nicht zu glauben. Was? Die Leute hier in Richmond, sie sind neue Frontier. Oh mein Gott. Oh, du hast noch nie gehört. Einer von ihnen ist sein Bruder. Ich wusste nicht, dass du einen Bruder hatten, Javi. Ich bin auch geschockt. Was soll ich jetzt dazu sagen? Hey, niemand ist mehr überrascht als ich. Ich dachte, der Mann sei tot. Wir haben ihn nicht in Jahren gesehen. Es war nur ich, Kate und die Kinder. Ich will nicht mehr über die Werte denken, aber er scheint ziemlich überrascht zu sehen. Wer auch dieser Mann ist, er kann nicht alles schlecht sein, oder? Ich meine, er hat Kate geholfen, stattdessen von ihr hier herunterladen. Natürlich, er hat sie hinein gebracht. Sie ist seine scheiße Frau. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sie ist ein Bruder mit deinem Bruder? Die Art, wie ihr beide zusammengebracht habt. Ich dachte, dass sie ein Bruder hatte. Das ist alles. Ich weiß nicht, Kate. Ich weiß nicht, Kate. Sie hat David geholfen. Ich war der beste Mann bei der Bruder. Wow. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich nicht so schön bin. Ich weiß nicht, dass ich dich nicht so schön war mit der neue Frontier. Ich weiß, dass du nicht viel in Prescott hast, Hobby. Aber sie verloren das Ort auf dem Boden, für keinen Grund. Nachdem du alles, was du sagst, sagst du mir. Ich denke, ich werde nicht mehr Menschen finden. Ja, Hobby. Sie hat deine Frau geholfen. Sie hat Kate geholfen. Sie hat Kate geholfen. Für alles, was wir wissen, dein Bruder hätte hinter mir gewesen sein können. Das glaube ich allerdings nicht. 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 Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist eine Hölle von Anerkennung. Er sagt, dass er seine eigene Familie geholfen hat. Du glaubst wirklich, dass er so etwas tun würde? Nachdem er zu sehen, wie er mit Kate war? Es könnte sein, dass er nur ein Show für uns macht. Das ist verrückt. Was war er dann, als du es wusste? Oh, Ihr habt alle zusammen? Er war w直接 so glücklich. Er hat dich glücklich damit gesehen, da vorne. Er war er, oder? As Sachen zwischen mir und ihn wurden kompliziert. Manche先 umgehenze. Deinen Tag haben wir in den Hohen. In den anderen kann man screire das tf diegenden Stunden, und trotzdem finden was für was zu trenieren. Also ist er so worteige, oder? Wenn du alle Worte wusste was mit dem Prescott, er hat eine Antwort auf dem AusЖen, Wir alle sagen. Ich habe das zu Conrad. Ich werde nicht nur die Dinge schlafen. Ich habe nie wirklich einen Mann für Ereign. Aber die Leute sterben. Wir müssen die Fähigkeiten abschneiden. Als ich einen Moment alleine mit David bekomme, werde ich nach dem Grund. Er kann mir erzählen, was wir gegen uns sind. Er muss. Die Familie ist gut für etwas, oder? Hey. Hey. Ich hätte hier früher gewesen sein, aber ich hätte sich um... etwas zu tun. Komm schon, Kate fragt dich. Vielleicht denkst du, es ist okay, eine Frau zu warten. Ich dachte, ich habe dir besser erzählt. Was über die resten meiner Freunde? Sie sind nicht gezwungen. Komm schon. Sie sehen, dass die Regeln nicht an alle, oder? Das stimmt. Einige Leute kommen hier früh früh. Die anderen bleiben lange Zeit lang. Tripp. Lass es einfach, okay? Das ist Mark Cookie. Javi. Ich werde dir raus. Ich werde dir eine gute Rede für dich, okay? Mal sehen, ob wir nicht das Prozess ein bisschen überraschieren können. Danke. Die Familie muss gut für etwas. Schön, Javi. Wir haben ein Prozess. Unsere eigene Weise zu tun. Ihre Leute besser nicht mit dem Problem. Dinge nicht gut gehen für die Troublemakern hier. Ich hoffe, dass das klar ist. David, du hast uns in eine Celle. Nicht erwähnen, dass wir uns zu schreien. Wir tun das, um unsere Menschen zu retten. Das ist nicht persönlich. Du sicher? Komm schon. Und wo sind wir gehen? Kate hat dich gefragt. Ich dachte, du wolltest sie auf sie schauen wollen. Ey, sag mal, Täter. Ist das jetzt ein Scherz, oder was? Ey, sag mal, was ist denn? Die Frage, passiert jetzt noch irgendwas? Geht es weiter? Geht es nicht mehr weiter? Das ist so typisch Täter in letzter Zeit, Alter. Das ist schlimmer als Ubisoft. Sag mal, hat sich jetzt die ganze Konsole aufgegangen, oder was? Mal kurz checken, ob ich überhaupt noch irgendwas machen kann. Ne, die ganze Konsole hat sich aufgegangen. Ne, nicht schon wieder. Täter sorgt dafür, dass meine ganze Konsole sich jetzt mal eiskalt aufhängt. What the fuck, Täter? Ist das dein Ernst? Und jetzt habe ich jetzt mal einen Black Screen. Oh mein Gott. Das ist stark, Täter, muss ich zugeben. Ehrlich, das ist... Ich weiß nicht, ob die Qualität bei Telltale nachgelassen hat. Ich habe keine Ahnung, ich weiß ehrlich nicht. Ich habe bis jetzt in letzter Zeit keine Episode von Telltale durchbekommen, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen. Ehrlich, das geht gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was ist los bei Telltale. Ich habe keine Ahnung. Kann ich schon mal... Boah, es kotzt mich so unfassbar an, Alter. Ey, da hast du Bock, eine Episode zu zocken und dann passiert so eine Scheiße for no reason. Boah, ey, leckt mich am Arsch, ey. Ich weiß nicht, wo muss ich denn jetzt wieder anfangen? Hier sehen sie einfach. Familie muss gut sein. Nice, Javi. Wir haben eineneinsatz. Wir haben unsere eigene Weise zu tun. Ihr Leute sollten nicht mit dem Problem sein. Die Dinge gehen nicht gut für die Träulemacher hier. David, du hast uns in eine Celle. Wir haben keine Ahnung, wenn wir uns croieren. Wir machen das, um unsere Leute zu retten. Es ist nicht persönlich. Bist du das sicher? Komm schon. Wo sind wir? Kate hat dich gefragt. Ich dachte, du würdest du mit ihr probieren. Hör, Javi, Gabe... Er hat mir gesagt, was ziemlich verletzt. Was, was ich für deine Hilfe brauchst, mit meinem Kopf. Ey, Alter, was ist denn das bei euch? Ey, was ist denn los mit Telltale? Junge, ich kann nicht mal meine Episode zocken, oder was? Ey, Gott, verfickte Scheiße. Ich glaube, ich will mir nie wieder ein Game von Telltale. Ich hab die Schnauze voll mittlerweile. Alter, what the fuck ist das? Ey, das kann auch nicht. Boah, ich glaub das im Leben wird nicht was hier passiert. Ey, das Ding friert mir zum zweiten Mal hintereinander weg ein, oder was? Ey, muss ich den Boostenbot ausmachen, oder was? Ey, ich glaub da echt... Boah, Telltale, ich schwöre, das ist nicht wahr, oder? Ey, da stehst du auf, hast Bock zu zocken und dann passiert das zweimal hintereinander weg ist. Ist das euer Ernst jetzt? Ey, ich hab bis jetzt mit keinem Spiel Probleme, ehrlich gesagt, auf der PS4 Pro, ne? Ey, aber das ist jetzt hier wieder mit Telltale spielen ein gewaltiges Problem. Ey, ich hab kein Schmaß, was das ist, ehrlich gesagt, ich hab keine Ahnung. Guter Gott, Alter. Was krass ist hier, der verreckt mir an zwei Stellen quasi nacheinander weg, ich versteh das ehrlich nicht. Boah, ey, sag mal, gibt's ja kein Typ, der die ganze Scheiße kontrolliert und guckt, ob das passt oder so? Ja, ich hab keine Ahnung. Die Familie muss gut sein, ob etwas. Schön, Javi. Wir haben ein Prozess, unsere eigene Fähigkeiten machen. Ihr Manns besser nicht haben Probleme mit dem. Die Dinge nicht gut gehen, wenn die Problemmacher hier nicht. David, du hast uns in eine Karte. Du hast uns in eine Karte nicht erwartet, wenn wir es so schreien. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwie weitergeht, ey, ich hab ehrlich gerade die Schnauze voll mit mir zugegeben. Ich weiß nicht, was ich dir sagen, David. Es ist alles klar. Es ist egal, wie viel schlimmer du siehst, einige Dinge sind immer schwer. Er hat mir gesagt, dass du Mariana verloren hast. Ein paar Tage vorhin. Oh. Ich bin sorry, David. Sie ist... Sie ist weg. Es ist verrückt, dass die gleiche Person zweimal ist. Wie verlierst du etwas, was du nicht wusste, was du hatte. Was war sie, Javi? Sie war so klein, als wir uns verabschieden. Wer war meine Frau? Ich weiß nicht, was zu sagen, David. Sie war zu lieb für den ganzen ganzen Welt. Du musst auf die Gritte, um zu bekommen. Was war das für? Wie... Wie murte sie? Sag mir, wie es passiert. Bitte, ich muss wissen. Nein. Sie stand da. Findet ihr eigenes Geschäft. Sie hat gerade gefunden, ihre Fernseher verloren verloren. Sie war schreit. Und dann hat jemand eine Kugel in ihre Kopf. Was für ein Tier würde sie einfach öffnen? Ein Tier mit deinem Mark. Meine Leute sind in der Hand zu töten kleinen Mädchen. David, ich war da. Sie haben auch Kate. Ask dein Freund auf der Garten, wenn du mir glaubst. Max war ein Teil davon? Mhm. Mhm. Ja. 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 Ich brauche Details. Was war da draußen? Ich brauche genau was passiert. Alles, was du erinnerst. Ich brauche, was wir in einer Kugel. Sie haben uns 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 zurückgebracht, in dieser Stadt. Sie haben ihren Liedern geflügt mit Walkern und Teargas. Liedern? Ein verrückterer Mann mit einem Beard. Badger. Was hast du jetzt gemacht? Ich werde das verdammelige Scheiße, okay? Ich mache mich ein favorer. Bleib das zu dir selbst. Die Politik hier, sie können verletzen. Ich dachte, du warst der Boss. Es gibt vier von uns, die laufen, Richmond. Du musst die anderen drei impressieren. Oder du wirst am Morgen zurück auf der Straße.